Die deutsche Schule Quito heißt Sie herzlich willkommen. Wir danken Ihnen für Ihre Anwesenheit und wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Vielen Dank. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserem Weihnachtskonzert, das wir endlich wieder direkt hier mit den jungen Künstlerinnen und Künstlern hier auf der Bühne machen können und mit Ihnen als Publikum. Wir freuen uns sehr, auch wenn es immer noch sehr eingeschränkt ist und wir deshalb auch ein paar Restriktionen machen mussten. Ich glaube, ich war es besser so, als es wieder virtuell zu machen. Wir freuen uns an unsere Jöwen-Artistinnen und damen, also unseren Jöwen-Artistinnen und Schönen und Schönen. Also und sehr, dass oder sehr gut das Conieren. Das ist nur für heute. Und zwar der Glück für Sie. Hallo, guten Tag, wir sind die Gruppe von anderen Instrumenten und wir spielen euch das Lied Guten Tag, wir sind die Gruppe von anderen Instrumenten und wir spielen euch das Lied Herzlich willkommen zum Weihnachtenkonzert 2021 der Deutschen Schule Kito Heute Abend lade ich Sie ein, alles zu vergessen, was in den letzten Jahren passiert ist In der Weihnachtenszeit spüren wir Frieden und Liebe in der Luft Wir hoffen in diesem Moment, dass mit viel Mühe und Liebe der Schüler die 5. und 6. Klasse vorbereitet haben Vielen Dank Ahora nos complace presentar al Grupo de Instrumentos Andinos dirigido por Manuel Regalado Que va a tocar la canción Ceremonia Pujango Tushun Jetzt spielt die Instrumentos Andinos Gruppe Die Hiet Manuel Regalado Sie spielt Ceremonia Pujango Tushun Danke 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 Musik 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 Agradecemos al Grupo de Instrumentos Andinos. Demos un fuerte aplauso al Grupo de Guitarras, dirigido por Gabriel Almeida, tocando la canción Ya viene el Niñito. Agradecemos al Grupo de Guitarras, dirigido por Gabriel Almeida. Sie spielen Ya viene el Niñito. Danke. Musik 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 Applaus Un fuerte aplauso para el grupo de guitarras Ahora siguen los violonchelos de los sextos grados Dirigido por Moisés Pauta Que van a tocar la canción Tap Dance Ejercicio 1 Demosles una cálida bienvenida Applaus Aplausos 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 Bienvenidos, es el segundo grupo de Chelos. El segundo grupo de Chelos 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 Una hermosa interpretación de esta canción de parte de los violines Ahora presentamos el segundo grupo de Chelos 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 des 5. Grado, dirige Eva Fierroluna con la canción Burrito Sabanero. Jetzt spielt Flüten und Melodik 5. Klasse der Gruppe. Dirige Eva Fierroluna. Sie spielt Burrito Sabanero. Demosles una cálida bienvenida. Danke. Vielen Dank. 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 Ich will euch heute ein Lied Vielen Dank. 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 Vielen Dank.